hallo leute herzlich willkommen auf meinem kanal zu diesem video und wir am titel sehen könnt geht es wieder um eine hypex endstufen aber nur um die nc 400 in einem langzeitbericht die laufen seit mai letzten jahres bei mir hier vorne im stereo pack und es hatte ein user gefragt ob ich dazu noch mal machen kann ein video wie sind meine erfahrungen und ich möchte in diesem video darauf eingehen wie sieht es haptisch aus gab es da irgendwelche probleme muss ich ein hersteller vielleicht kontaktieren war da irgendwas und dann klanglich wie schaut es aus wie gut sind sie was sage ich dazu gibt es probleme und zu guter letzt würde ich wechseln habe ich schon was anderes im blick wenn ihr interesse daran habt bleibt einfach dran und lasst euch mal überraschen was ich zu meinen nc 400 von audiophonics sage so da bin ich auch schon zurück leute wie ihr seht habe ich jetzt hier eine nc 400 quasi meine dritte in der hand und habt dich muss ich ganz ehrlich sagen stört mich gar nichts doch vielleicht eine klitzekleinigkeit und zwar das hier wenn man die endstufen bewegt muss man aufpassen dass diese kunden kunststoff diese gummi o ringe nicht rausfallen und man dann mit dem gehäuse mit den füßen über das regal kratzt oder sonst irgendwie beschädigungen verursacht eine sache die ich mir wünschen würde vom hersteller und wo ich weiß dass es die jetzt bei den neuen endstufen gibt ist dass man die led hier vorne den ring deaktivieren kann dann ist dann im unteren bereich ein lichtschalter aber nicht bisher bei den aktuellen sondern bei den nc 500 versionen ansonsten auf der rückseite wie im anderen video zu sehen gewesen eine massive cinch buchse xlr eingang der switch für xlr oder rca und die lautsprecher klemmen welche wirklich aus meiner sicht massiv genug sind und dank der offenen bauweise auch gar kein problem bananen stecker zu nutzen ich nutze zum beispiel welche die ich vorne aufdrehen kann die hatte richtig fest danach ersetzen es passt alles also da ist aus meiner sicht nichts dran zu meckern ebenfalls das belüftungssystem hier vorne hier vorne kann kalte luft reinziehen und hier hinten auf der rückseite auf dem deckel die große belüftungsschlitze da kann am ende die luft raus so und dann schauen wir mal wie es aussieht wenn man sie einschaltet dann hat man wenn schon ein signal anliegt und die vorstufe ist da in der regel eigentlich kein klicken ploppen oder sonst etwas also das läuft richtig richtig glatt ebenfalls beim ausschalten also auch daumen hoch dafür an audiophonics wie sie es gebaut haben wie sie es konstruiert haben saubere sache haptisch und technisch also aktuell einfach richtig gut sprich ihr werdet es wahrscheinlich schon erraten haben ich musste nicht kontakt mit dem hersteller aufnehmen und meine vor meine endstufen laufen einwandfrei daumen hoch dafür und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem punkt der euch am meisten interessiert wie sieht es denn klanglich aus tja und da muss ich sagen grundsätzlich habe ich hier keine weiteren endstufen hingestellt egal was von kumpels oder sonst irgendwas unten ab vergleich gemacht denn für mich ist es halt immer finde ich es immer relativ schwierig zu sagen okay ich hole lieber ich baue die endstufe abbau die neue dran kabel dran etc etc da sehr sehr viel zeit vergangen ich hätte da gerne lieber umschaltpult aber für das ab und zu für dann wie oft ich das dann machen würde sehe ich das nicht ein so viel geld für eine anständige umschaltbox zu holen was ich sagen kann ich hatte ja vorher noch die marke die jamaha p7000s genauso wie die image stage rein str 2000 d in den image stage line waren die pascal s pro 2 module drin auch klasse welcher in der presse teilweise sehr hoch gelobt worden sind aber am ende im test bench benchmark gar nicht so gut waren auch einen grund warum ich ja gewechselt habe plus wenn ich die anderen endstufen meine alten endstufen eingeschaltet habe mit diesem hochtöner in den zonen b war es wirklich so dass ich schon ohne irgendein signal von der vorstufe ein gewisses grundrauschen hatte entweder war der gain zu hoch eingestellt oder einfach die kisten haben gerauscht wenn man kein hoch wirkungsgradigen lautsprecher hat oder hochtöner fällt das wahrscheinlich weniger auf mit diesem hochtöner fällt das auf mit seinem wirkungsgrad wie sieht es jetzt mit den nc 400 aus also da muss ich quasi mit meinem ohr schon in das horn reinkriechen dass ich überhaupt etwas höre also da sind die sehr sehr gut konstruiert wie sieht es denn aus mit der dynamik und der pegelfestigkeit einfach top also die spielen hoch dynamisch und ich muss sagen ich vermisse nichts ich hatte damals auch mono blöcke von vincent andere endstufen noch von rotel als digitalen endstufen ich habe eine tech mclaren endstufe hier die fünf kanal 100 x 5 r oder wie sie hieß irgendwann mal es war alles gut aber hier sage ich einfach ja das ist ebenfalls gut wenn ich sogar noch einen tacken besser weil ich vermisse einfach nichts es ist dynamisch es ist klar die spielen auf den punkt präzise und die können einfach richtig laut und jetzt kommen wir zu einem wichtigen punkt den jeder am besten beachten sollte auch ihr wenn ihr eine menge an endstufen da stehen habt wie ich es vielleicht später auch mal im heimkino habe die werden waren definitiv also ich sage mal so ich muss jetzt auch daran gewöhnen dass meine vorstufe die av 10 hier sehr sehr warm wird aber die machen das auch und da spielt keine rolle ob das hier vorne oder da hinten ist sprich im netzteil bereich oder endstufen bereich das spielt keine rolle die werden waren ergo sollten sie definitiv so stehen dass gut luft dran kommt nicht zu eng nicht so viele aufeinander am besten gar keine aufeinander und so das hat luft durchziehen kann das ist ein tipp den sollte am besten beherzigen bevor irgendwas kaputt geht sonst laufen die bei mir auch seit mai letzten jahres einfach durch damit habt ihr schon fast mein fazit jahr gehört ich bin total zufrieden mit den endstufen auf jeden fall für mich gibt es aktuell keinen direkten grund zu wechseln oder vielleicht doch also jetzt noch mal die frage gibt es vielleicht doch einen grund für mich zu wechseln des guten feind ist ja eigentlich immer das bessere und wenn man sich ein bisschen auskennt und im netz liest stellt man fest dass es jetzt die ncx module gibt die x core hypex module und auch da ist es so dass sie anscheinend noch mal eine schippe darauf gelegt haben was rausch abstand und dynamik angeht das wäre so punkt die ncx 500 gibt es jetzt bei audiophonics auch als stereo endstufe was preislich ungefähr auf dem niveau ist von zwei stück von denen hier plus die haben ein trigger eingang und ein trigger weiterleitung das heißt man kann mehrere geräte einfach hintereinander anstöpseln und man kann einfach die led per schalter hier unten plus dass den buffer anders konfigurieren ich brauche das mit dem buffer jetzt nicht das mit der led wäre schon eine coole sache was ich aber sagen muss es sind aktuell noch keine mono sondern ist ist eine stereo endstufe mit einem großen netzteil und da finde ich die aktuell noch ein bisschen ansprechender jede mit ihrem separaten netzteil ok dann bin ich jetzt am ende meines videos angekommen möchte euch aber noch einen ausblick geben was mache ich demnächst und zwar werde ich meine mono blöcke einfach mal abbauen ab in den karton wieder und dann werde ich eine nc 250 an die achenbach anschließend da habe ich stereo endstufen von wie es vielleicht im anderen video gesehen hat genauso wie die die große stereo endstufe mit dem nc 502 mp modul von hypex mal schauen wie die sich schlägt und ob ich da vielleicht auch ohne probleme lange mit arbeiten kann wenn ihr also interesse hat noch an diesen weiteren videos habt wie gut laufen sie ist da klang nicht vielleicht auch noch mal irgendwo eine differenz oder so dann einfach kanal abonnieren ich kann euch noch nicht sagen wann ich es mache aber es wird kommen von daher schön dass er reingeschaut habt und wenn er irgendwas an kritik habt oder lob schreibt mir in die kommentare ansonsten einfach daumen hoch wäre auch eine coole sache danke und bis zum nächsten mal